Und Simon, du brauchst für Leiternbau ziemlich lang. Und so reichen Sauerstoffproduktion, das wissen wir mal. So, ich möchte die Schleusetüre, wo sind die? Dusche, Luftschleuse, das hier will ich. So, das wird geforscht. Mit neun. Aber sollen sie auch mit neun machen? Ja, wenn man Stromproduziere im Überfluss, dann hätten wir da Luft. Ne, 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 ne. Der sterbt mir nicht ohne. Nein. Hol dich raus. Boah. Ich hasse das. So ist mein Techno im Let's Play gestorben, weil ich es nicht bemerkt habe, dass sie ihm gesperrt wurde. Mann. So ist das schön hier. So, Wasserzufuhr funktioniert. Da oben kommen wir jetzt auch nicht weiter, weil das auch niemand abbauen kann. Ja, Strom! Wow! Das konnte geforscht werden. Ach ja, das Bakterie-Update hatten wir ja auch noch. Ich habe halt auch eine Leiter benötigt. Ich trage immer verkehrt. Das ist sie. Die Tekna ist von hier zu dem Stellgesprung und dann einfach hoch hat die Leiter. Neuer Bewohner. Hm. Zart beseitet. Funny. So, rote Haare. Alles klar. Und die Fanny begrüßt uns. Silber, das werden immer mehr. Immer mehr, Ladies. Und kann immer noch schneller, baue die Leiter als Silber. Ja, Silber, du bist halt echt ein Kabelmensch. Wie der Stärke benutzt wird, obwohl ich gesagt habe, Abbau, ne? Mit rechts oben bei Berufe kannst du ausfüllen. Ui Ui Äh Fächer kennst du dich da besser aus, weil du mir das jetzt gesagt Ähm, wow Hm Lernen da Minen? Wie kann ich denn hier rein? Das würde mich interessieren Bau einen Stellenmarkt, um Berufe zuzuweisen zu können Ähm, Stellenmarkt Stellenmarkt, da ist der Stellenmarkt, wie groß ist der? Wie geht eigentlich Ich werde mir noch diese Algen hier oben holen Lassen Lassen Das ist eine starke See Wir können hier die Ziegel einziehen Wenn man so eine Pfiffe verrutscht Und dann können sie hier graben mit sieben Können sie das weg machen Ah, Fähchen kocht Leer sorgt für Strom Und das ganze 6 Batterie alleine füllen Weil keine andere Wirklich mit strampeln will Oh, Fähchen Ich kochen konnte jetzt aber nicht wirklich Das Gerät scheint endlich zu laufen Dass wir bitte auch immer Priorität haben Weil durchschlafen Unsere Bette sind alle belegt Wurde ich auch lieber im Vorfeld immer gleich dafür sorge Dass du genug Dosen Fähchen Fähchen rennt trotzdem raus Um Luft zu schnappen Es scheint wohl das Gerät nicht zu lange Das set ich hier noch nicht zu machen Fähchen Ich werde das jetzt auch noch nicht das Ich werde es nicht mehr reingehen Ich werde das jetzt noch nicht aus Dass du in der Zeit Ich werde nur noch einen Auf jeden Fall Ich werde mich wieder nehmen uch ja ja sauerstoff ist nicht wirklich viel da aber ich baue doch schon überall alle gehabt die forschung muss halt weitergehen hier wollen sich und forschen für die schleuse dass man räume abdichten können jetzt wird silbern erst mal kochen wäre in der md forschung fähig hat keine luft mehr berufe ich brauche einen minenarbeiter wer möchte den minenarbeiter nehmen die lehrer hat anscheinend bloß dreife graben und silbern hat vier was bedeutet das herz qualifiziert für die positionen minenarbeiter wer ist dann du so dann haben wir den nächsten beruf architekt wer die lehrer anscheinend mit herz dafür gut gemacht dass wir immer das herz wenn dann würde ich dort die lehrten führe das zu machen und noch samana lauf bursche wer ist fähig hier ok die tecna fanny plus fünf agilität ja somit landwirtschaft forschung forschung tecna hat forschung 5 reinigung kochen 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 0 silbern 3 lea 3 aber die hauschen geteilt kunst ist die fanny dann habe ich auch schon geteilt ja da guck mal da noch ingenieur landwirtschaft fanny hat doch drei das lassen wir jetzt einfach mal gucken wie sich das dann ergibt wenn man das land kann man das nicht lernen wenn ich jetzt ja das rutscht dann weg wir brauchen der koloniste man krieg mal an der nächste auch cool die hat jetzt sogar so helmen auf plumps hauptsache die steche rechtzeitig getroffene hauptsache die steche rechtzeitig hat sich freet guck mal die hat sogar symbole dann vorne drauf hauptsache die steche rechtzeitig vorher jetzt haben die alle jobs jetzt werden die normale sachen die mir gemacht hauptsache sind weil es nicht der schnellste bauer vielleicht bringt das hier was wenn ich das bisschen umstellen dass einfach energie auch besser gespeichert wird und so für zukünftige kolonisten und gut gerade gesorgt das hat sich fähig hier drum gekümmert dass das erledigt ist ist gut und da wird jetzt das nächste luftgerät gebaut der technik nur kurz das strom rankommt naja guck jetzt hat er anders gesehen dass er ein neuer strahl hatte weil mine arbeiter da ist halt keine luft ne ich ziehe aber die ziegel hier weiter und das sind hier auch noch mal Alge die wir nicht haben und das metall das arbeiten wir uns dann von oben ran und das metall das arbeiten wir uns dann von oben ran der stelle der ist es einfach obwohl ich dann eine abbau los dann bauen sie nicht ab weil sie nur brauchen ja benutzt sowohl die leitern hält das dort ist jetzt einfach nur so eine zauntür also da geht die luft durch ich brauche halt echt am tisch die gute sache bald kommt also so so also so Oh, da wird ein Adi abgebaut. Willkommen, neuer Sturmtruppler, hier nimm deinen Helm entgegen und reide dich bei den anderen Sturmtrupplern dazu. Yes, das Viehchen, Viehchen, was tust du? Oh Mann, äh, da ist doch die Toilette, warum wir die Toilette mitgemacht, machen die Toilette? Oh, und Silbern, ja ihr Leute, warum macht keiner die Toilette? Ja, danke, ihr Treckner, danke. Alles Schweine hier. Boah, was du, das Wasser verunreinigt wird, Mensch. Oh, so ein Wasserquellen. Gut, dann werden wir hier gehen, weil. Vielleicht ein neues Wasser dann hinleitet, dass ich das gut bekomme. Wenn wir mal eine Becke baue für das Wasser. Wenn wir so lange überleben, ne? Wir tun euch nämlich netwerklich durch diese Geräte kümmern. Das ist alles für alle gesorgt. Wenn du dann kommst, ja. Wenn dir der Timer voll ist, dann wirst du schon bald erscheinen. Das ist aber eigentlich ständig. Bis zum nächsten Mal.